So, guten Morgen, willkommen zurück zu Halo 1. Ja, ich mach da jetzt einfach mal weiter, weil ich Lust dazu habe, wie auch immer. Wo waren, ach ja, richtig, wir sind da, was heißt wir, ich, ich ganz allein, weil ich toll will und ja, scheiß, scheiß. Wir haben da so den Kumpel. Hey, ich hab Musik. Ah, die Fresse. Muss ein Bug sein. Das Spiel bugt schon wieder, ich hab Musik, das geht gar nicht. Schnauze. Mist. Machst du eh nix. Außer drei Nadeln zu verschießen, die eh nix bringen. Du musst schon ein ganzes Magazin reinblasen, damit er was tut. So, hier, hier hat man aussteigen. Hat man aussteigen. Halt die Fresse. So, wir haben Raketen dafür, haben wir auf Scharfschützengewehr. Hey, und chillt. Die sind voll unsichtbar und so. Auch wenn man uns doch sieht. Und tot. So stirbt denn der nicht. Weil ich ihn nicht von hinten schlag, richtig. Da war ja was. Dann haut sie. Tschüss. Tschüss. Und... Der ist jetzt wie so blöd, läuft mir hinterher. Idiot. Und... Was? Ach komm, so schnell. Ach, ich hab... Was? Wieso hab ich nur auf einen Strich? Was soll denn der rutsen? Wann ist das denn so? Wieso liegt da kein Helfpack rum, dass das ändert? Wann hab ich ja einfach so viel Musik. Irgendwas bugt hier doch. Schnauze. Komm her. Soll die eine reinhauen? Okay. Na komm. Nein. Alles meins. Das übrig lassen. Ich hab noch nie was übrig gelassen. Das ist eigentlich nicht. Ich hab schon so lange nichts mehr aufgenommen. Äh, er hat doch aufgenommen. Also jetzt keine Medikits technisch, sondern... ...Boot Nummer 1. Und da wir nicht ewig Zeit haben... ...jetzt mal mit mehr Gefühl. Ein Mann verloren. Ein Mann verloren, ja. Ah, du hast dir nicht mal ins Auge geguckt, dem Typen. Und zack. Jetzt guckst du so dämlich. Kannst mich hier nicht sehen. So, weiter geht's. Also würde es, wenn die Gegner jetzt kämen. Warum kommen die jetzt nicht? Das macht mir Sorgen. Master Chief, die Allianz hat Stellung auf den Felden über uns bezogen. Wir sind hier festgenagelt. Und wieder. Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Was zur Hölle? Wir machen die Mauer zu den Staden. Marins Stellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Master Chief, wir müssen die Hügelkette raus bis unterhalb dieser Geschütze. Das würde ich immer hier. Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung. Das glaubst du doch selbst nicht. Das brennt. Und die Gegner haben wir jemals, äh, die Gegner. Da verbündeten wir jemals Deckung gegeben. Deswegen nehme ich so viel Schaden. Also es klingt einiges. So, ich hoffe, die Munition ist auch dadurch zurückkommt. Warum habe ich heute auf Abo Musik? Wer denn? Haben wir mal? Ich gucke doch mal, woher? Ich schieße ihn einfach auf mich und ich sage mir nicht mal, woher zu schießen. Das geht gar nicht. Was für den Boden ist das? Da. Ja, jetzt weglaufen. War erst einmal auf mutig machen, ne? Ich weiß doch gar nicht, wie man einen guten Schuss überhaupt schreibt. Außerdem, ich kann die Drogen. Stirb. Wenn du da bist. Ah, ich bin schon wieder fast tot. Tolle Aktion. Ich hoffe, die Munition ist noch da. Das muss ich leicht kotzen. Da ist sie noch da. Oh, noch mehr Schuss des Bazookergewehr. Ja, Bazookergewehr. Und Scharfschütz. Dingens, ne? Scharfschützen-Bazooker. Ein Bazookergewehr. Was auch immer. Soll ich hier noch irgendein Sunpack? Ja, aber ein geistig behinderter Gegner. Auze. Was haben wir denn da noch so? Kann ich den da rausschießen? Hier soll ich vielleicht mal raus schießen. Das ist doch kacke. Ich bin gleich wieder tot. Oh, super. Hat das irgendwo mal gespeichert? Nein, oder? Oh. Ach, scheiße. Was mache ich denn da? Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Marines, Schnellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Der legt ja noch. Sie lebt ja noch. Wie langsam der schießt. Wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze. Nein, müssen wir nicht. Was ist das? Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung. Leck mich nicht. Ich sehe nichts. Komm, wir sind alle, wo das... Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Halt die Fresse. Marines, Stellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Vor allem, wie überlebt es denn zwei Raketen? Wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze. Der eine hat zwei Raketen überlebt. Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung. Was heißt ja ständig wir? Es gibt nur mich. Du machst nämlich gar nichts. So ein Geschmack hier immer. Wir. Wir. Als du irgendwas machen würdest. Ja, voll. Treffe ich natürlich nicht. Komm, Schild. Da war ich doch vorhin oben, oder? Was warst du überhaupt? Er stehst drum herum. Ja, toll. Verbündete sind toll, nicht? Immer noch tot. Was zur Hölle? Ich muss meine Munition hier durchlassen. Was? Und der Rotz. Jetzt kann man eine Pistole wieder, wie es macht mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ach komm. Ach komm. Kleinen Viechern, da haben wir aber auch keinen Schaden. Was ist denn? Ich habe den Ding mit ausgelacht. Ich habe den Ding mit ausgelacht. Ja. Hey, hey, hey! So, was ist denn der Typ da? Wo bist du denn? Komm, zeig dich! Wird tot? Jetzt, Alter! Und einmal! Und dann kommen da gleich ganz viele unlustige Gegner. Ah, nein! Boah, wie soll ich denn den mit kommen? Boah, was bei Munition wieder. Dann müsstest du dich mal mit denen. Kommen die mir in der Höhle hinterher? Ich glaube nicht, dass die da überhaupt reinkommen. So, jetzt brauche ich jetzt mal ganz viel tolle Munition, die ja noch zum Glück hoffentlich noch da hat. Und da liegt sogar noch mehr Munition. Sehr gut! Ich bin ja ein Freund von viel Munition. Und da jetzt hin. Wo war einer? Wo war doch noch einer? Komm! Kannst wieder erzählen, dass da noch keiner ist, dass da nicht noch einer ist. Ich bin ja der Boss. Kapiert? Da komme ich gar nicht rüber, sehe ich gerade. Fahrer des Ghosts. Nein, Banshee war das geile Ding, oder? Das ist das Ding da. Nein, das ist doch auch keine. Ist ja auch noch ein Ghost. Hä? War da vorhin nicht noch ein Banshee oder so? Wow. War eben so. Geht auch. Ich muss da drüben hin, oder? Muss ich da unten hin? Da ist eine grüne Tür, also würde ich sagen. Was sind die? Ist das einfach nur ein Tor? Wo geht denn das hin? Muss ich jetzt unten oder oben hin? Hä? Ich hab keine Musik mehr, wie überraschend. Oh, oh. Oh. Ich leb noch. Mir gehts noch gut. Okay, jetzt nicht mehr. Wo kommt die jetzt hin? Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Och Nöööööööö, komm. Das ist das Ding nämlich so, meine Teinung ist noch nicht fertig jetzt. Master Chief, wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze. Was will denn dieses Wir? Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung. Bin ich irgendwie zu zweit hier? Endlich. So, kamen die zwei da oben her. Als ich da runtergesprungen bin, waren die noch nicht da. Dann treffe ich eh noch auf der Seite, die Entfernung nicht. Passiert nix. Ist ja noch irgendwo ein Punkt, das gefällt mir nicht. Ja, ich habe euch eingekesselt. Ihr habt keine Chance gegen dich. Ach komm. Mach du mich. Ja, kein Kommentar. Ich äußere mich dazu jetzt mal nicht. Doch mal stehen. Ey, mein Schilder-Shotup-Down. Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. Wir verlieren. Ja, wie auch immer. Keine vernünftigen Waffen, keine vernünftigen Schilde. Was soll man denn so einen Krieg gewinnen? So, hier waren doch irgendwo... Oh, ich soll lieber aufpassen. Wir kommen ja... Ach, scheiße. Ja komm, er schießt nicht. Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Marines, Stellung halten. Wir kümmern uns um die Geschütze. Wir erleben den Schuss mit der Pamperspaus. Master Chief, wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze. Halten die Stellung und geben dem Master Chief Deckung. Nein, tu dir nicht. Wo gibt ihr denn wirklich die Deckung? Wo seid ihr überhaupt? Was zur Hölle? So. Erstmal den loswerden. Der macht ja eh nichts. Faulheit wird in meiner Armee nicht toleriert. Deswegen kann der auch gerne mal sterben. Ach, komm, bleib doch mal da. Super, man kann auch nur zoomen, wenn wir einen beschießen. Also kann man schon, aber es bringt halt nichts. Wo ist denn der Zweite? Jetzt ist ja die Baru hier. Genau, wenn ich schieße, läuft er weiter. Das ist doch nicht wahr. Was? Komm, das wird mir schon verarschen. Du, das ist wie ein Spielschuss, das ist halt einfach anders. Jetzt brauche ich gleich wieder Munition. Na komm. Komm, wenn er 20 Meter hoch springen kann, kann er das schon wieder nehmen. Scheiße. Geht doch sterben und lasst mich in Ruhe. So, mir geht gerade für alles die Munition auf. Da, da hat er die Banshee. Komm her. Und drehe für besoffene Kreise. Also, ich glaube, ich habe die Treff. Na, ich glaube eher nicht. Wo ist der vorhin überhaupt hingekommen? Wo ist der? Wo ist der? Kommt er jetzt hierher, oder nicht? Eher nicht so. Was macht er zur Hölle? Ich höre ihn doch. Er macht irgendwas. Naja. Wahrscheinlich wieder ein Bug in der Map. Dass man irgendwo wieder nicht durchkommt. So wie beim Cheap letztens. Ja, ja, ja. Granade gesoffen? Definitiv. Ah, Plasmagranade. Was soll denn der Mist? Ich komme nicht hin. Das Blatt blockiert mich. Ich werde aufgehalten von Blättern. Was ist das, sucht denn der da? Ah, ich konnte sie doch noch eins sagen. Ich werde ja mal eine Panzerfaust draufschießen, aber... Ach, das Ding ist nicht zielsuchend und viel zu langsam. Scheiße. Ach, komm. Er lebt noch? Oh, nee, oder? Ich habe immer so viel aushalten müssen. Haut sie jetzt. Ja. Ich bin hier der Chef. Super, wenn ich den killen soll, weiß ich auch noch nicht. Ah, Moment. Ich habe da gerade so eine geniale Idea. Wie alle meine Ideas, die sind einfach alle genial. Die sind mal ein bisschen tiefer raus, damit die uns nicht anpissen und dann... Ah, geht's los. Wo sind wir denn jetzt hin? Was zur Hölle? Was machst du da? Jung, das ist die Polizei, sie soll nicht trinken und fahren, oder... Wie ist das überhaupt? Trinken und fliegen? Gibt es da ein Gesetz dagegen? Komm jetzt. Muss ich nur noch lang genug treffen? Er brennt schon. Gut, weil er ist ja auch immer nur eine Zigarre angezündet. Nein, er ist weg. So, wo konnte man denn? Was ist... Wie, ich kann das Ding jetzt nicht fliegen. Warum nicht? Kann die Ghost doch auch fliegen. Ach, leck mich schwer. So, da unten sind Gegner drin. Mal testen, ob die jetzt schon drin sind oder erst mal ich da runtergehe. Also, ich sehe da keinen Gegner. Ich wüsste zu gern, wo die herkamen zuletzt immer. So, da geht es weiter. Munition soll ich mir nochmal holen. Schnauze jetzt hier. Och nein, oder? Och nein, er hat gespeichert hier, okay. Na? Und dann explodieren schon wieder 2 Milliarden Plasmagranden. Jetzt gehe ich Munition holen. Geht ja schnell. Warum kann ich das Ding nicht fliegen? Ist voll scheiße. Scheiß Spiel, ey. Geht ja gar nichts. Hier geht nicht mal die Musik. Höre ich mein Herz schlagen, toll. Wahrscheinlich habe ich es zu schwer beschädigt. Ja, toll. Das hier ist kaputtbar. Ich kann es kaputt schießen, aber kaputt fahren kann ich es nicht. Ich kann damit jumpen, ja toll. Also gut, wir nehmen nochmal mit 4 Ladungen für etwas zu kann. Ist das wieder voll? Und da vorne war noch Scharfschutz und Munition, hoffe ich. Glaube ich, gehe ich davon aus. Was ist denn mit einem Allmann-Verbündeten passiert? Was ist denn mit der Munition passiert, die hier lag? Toll. Wird wahrscheinlich von einem unheimlichen Seemonstern gefressen. Ja, steck doch mal aus hier. Wie geht nicht? So geht das nicht. Steht doch auf einer geraden Oberfläche. Wir parken zwischen den Fels und merken wir uns mal. Also keine Scharfschützen-Munition mehr. Ich habe da nur noch 17 Schuss plus die 4, die im Lauf sind, aber die zählen ja nicht. Ich habe noch einen Haufen Panzerfaust. Warum liegt da so eine Panzerfaust-Munition rum? Was will mir das Spiel damit sagen? Ja, das Ding hat einen Rückwärtsgang gut. Komm schon. Hat kein Allrad, merkt man gleich. Heckantrieb, deswegen fährt es sich so scheiße. Ah, komm schon, dreh dich. So. Jetzt schaue ich nochmal da unten nach. Nicht, dass da auch noch Gegner kommen. Und da kommen sogar noch Gegner. Lauf, kleiner, lauf. Scheiße, er läuft ja wirklich. Das ist nicht zu tolerieren. Ah, flieg doch weg. Oh, ich hasse diese Steuerung. Ach nein, die Fresse. So, warum können wir unten auch noch Gegner? Reichen die da oben nicht? Mwuck.